hi leute wie angedroht bzw versprochen werde ich heute noch direkt eine runde jetzt mit diesem tollen schicken neuen auto fahren und ich bin nicht alleine der spritti ist mit dabei hallo und ja wir haben uns gerade mal ein bisschen abgesprochen wir werden einen doppel fahren und natürlich ranket weil nur das design am auto ändert ja nichts dass man besser ist außer dass es cooler aussieht und deswegen ihr seht schon spritti ist einer mit dem ich auch immer mal im team spiele unsere autos sind nämlich von den farben her in beiden teams angepasst deswegen jetzt das duo und wir haben die beschissenste map die ich kenne schickes auto ja genau ich fahre und hast du ah der wäre ja fast drin gewesen haben sie den krieg die schweinehunde haben sie auch gut gemacht und wir haben es gerade völlig versaut aber okay im normalen fall sollte bei einem zwei gegen zwei eigentlich immer ein spieler zumeist im tor bleiben fahr du mal ja das ist natürlich prickeln vor allem weil ich es ja mal überhaupt wieder nie geschissen kriege ach manne ich hasse solche bälle die menschen die meine vorherigen rocket league videos gesehen haben die wissen ganz genau dass ich solche bälle hasse fahr du so jetzt müssen wir denen aber mal richtig den ball ins gesicht prügeln so viel dazu klingt glaube ich gerade nicht wenn ich mit hinten bleibe hey warum hat der ball geleckt gerade na haben sie dich zerschmetterling ich glaube das spieler menschen verkackt ich glaube das spieler menschen verkackt ich nehme ach Gott ey scheiß doch die wand an ja ich sag ja skin macht nie dass man was kann spritti du hast doch gesehen dass ich da bin das ist wie geplant ja ja ach komm ja ja der bauch einfach gerade zu einfach für die ich nehme den glaube ich ja das ist ja nicht so dass wir auch vernünftig spielen können ne da fangen wir an ja nimm mit komm karte Deiner Achso, ich dachte, du kommst hingefahren Ja, wir haben nur noch eine Minute 40 Zeit, um so richtig zu fehlen Das sind doch wieder die echten, neißen Absprachen hier Also, nie bloß von dir, sondern von uns beiden Komm, zieh War dir zu einfach, oder was? Nee, ist es aber Deiner? Wieder deine, wenn du rankommen solltest Rüber, verdammt Rüber Ach, wieso hausten den hier einfach rein, Spritty? Naja, vielleicht geht der ja mal rein Ja Ey, Leute, vielleicht gewinnen wir noch Wir haben ja noch 29 Sekunden für ein Tor Damit wir erstmal einen Ausgleich haben Den hauen wir jetzt direkt Den direkt rein damit, mit der Scheiße hier Aha Ja, sag ich doch Ja, was wollen wir denn mehr, Leute? Mit Ansage Ja, mit Ansage Linke Ecke, linke Leute, rein da So, Spritty Drive Spy Hau ihn direkt rein Sehr schön Sehr schön gerettet Ja, sorry, aber ich komme nicht raus Wenn die hier so Als gerettet hat Ja Deiner Sehr schön Oh Gott, da war ich zu langsam Pass auf Die machen eh noch Fly wie Ufo Ich nehme den Ach, Mann Verfickt Egal Nee, Spritty Nee, Spritty Ich komme noch nicht dafür Oh, Scheiße Das wollte ich nicht mehr machen Ja Und ich wollte eigentlich den Ball Ach, verdammt Leute Wir haben verkackt Aber es ist in Ordnung Ist nämlich eine scheiß Map Oh, Mann Leute, wir sehen uns wieder Haut rein Lasst mal ein Follow oder ein Abo da Liga runter Es ist doch alles hier vorbei Hier müssen wir uns erst mal wieder hochspielen Also Bis zum nächsten Let's Play für Rocket League Und dann Lasst mal ein Kommi da Wie ihr es gefunden habt Bis demnächst Ciao So Bis zum nächsten Mal.